So, wir wollen einen Echo-Surfer installieren, der dafür da ist, um zu sehen, ob die Rechner im Netzwerk erreichbar sind. Dazu nehme ich jetzt einfach mal einen Rechner her. Das wird dann mein Surfer werden und ein einfaches Client und verbinde die mit einem Kabel. Jetzt gehe ich in den Aktionsmodus, gehe hier drauf und brauche im Softwarepaket erstmal den Echo-Surfer. Links schicken, Änderungen abnehmen und dann, eins muss ich vorher noch machen, ich muss ja noch, weil der hat noch keine andere IP-Adresse, also der hat die 10er und der hier auch, da müssen wir die 11er draus machen. So, jetzt kann es losgehen. Also, ich gehe hier drauf, Echo-Surfer und hier sage ich einfach starten. Positioniere das hier erstmal, dann gehe ich auf den Client, beim Client, da installiere ich auch und zwar einen einfachen Client, Änderungen annehmen und mit dem einfachen Client kann ich jetzt mich mit dem Echo-Surfer verbinden. Mal schauen, wie ich das hier positionieren kann. Also, der Echo-Surfer läuft, ich brauche noch die IP-Adresse hier, 192, 168, 0 und die 11. Dann sage ich verbinden. Ziel konnte nicht bestimmt werden, was habe ich da falsch? Ah ja, hier fehlt ein Punkt, aber jetzt müsste es gehen. Hier habe ich auch die Meldung, Verbindung wurde hergestellt und wenn ich jetzt eine Nachricht schicke, einfach mal Hallo sagen, senden, dann sehe ich auch, Hallo wurde hingeschickt, Hallo kam zurück und hier im Protokoll auf dem Surfer habe ich dieses Protokoll oder diese Nachricht dann ebenfalls. Okay.